Letzt-Dance-Profi Renata Lucin hat in einem Interview verraten, was sie von Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen hält, die in der aktuellen Staffel mit ihrem Valentin Lucin tanzt. Einen schöneren Grund für eine Auszeit gibt es wohl kaum, aufgrund ihrer Schwangerschaft schwingt Profi-Tänzerin Renata Lucin in der aktuellen Letzt-Dance-Staffel nicht selbst das Tanzbein, sondern verfolgt die schon nur als Beobachtern. Besonderes Augenmerk gilt dabei natürlich ihrem Ehemann Valentin Lucin und dessen Tanzpartnerin, der Weltreisenden Ann-Kathrin Bendixen, 24. Letztens, Renata Lucin äußert sich zu Ann-Kathrin Bendixen. So richtig rund läuft es bei diesen beiden noch nicht, so konnte das Duo in der ersten Ausgabe nur sieben Punkte von der Jury ergattern, was einen geteilten letzten Platz mit Dilmen Schulz und Patrici Haione bedeutete. Das Zuschauen den Wooting rettete Valentin Lucin und Ann-Kathrin Bendixen vor dem Rausschmiss. In der zweiten Show konnten sie sich dann allerdings steigern, erhielten immerhin zehn Punkte und wurden vorletzte. Diesmal konnten sie Dilmen Schulz und Patrici Haione hinter sich lassen, die dann aber auch die Segel streichen mussten. In der dritten Ausgabe am Freitag, 15. März, könnte es für Valentin Lucin und Ann-Kathrin Bendixen also schon richtig eng werden. Nun hat sich Renata Lucin in einem Interview über die Tanzpartnerin ihres Ehemannes geäußert und dabei ein strenges Urteil gefällt. Valentin hat die tänzerisch schwächste Partnerin bekommen, die noch nie ansatzweise etwas mit Bewegung und Choreolernen zu tun hatte. Es braucht seine Zeit, so die gebürtige Russin gegenüber Promiflash. Doch sie sieht auch Positives und meint, dass sich die Influencerin leistungsmäßig bereits gesteigert hat. Wir sehen die Verbesserung und Ann-Kathrin gibt alles. Und letzten Endes gehe es bei Let's Dance zwar um den Titel, jedoch soll laut Renata Lucin dabei auch der Spaß nicht verloren gehen. Während die Profitänzerin Ann-Kathrin Bendixens Fähigkeiten auf dem Parkett kritisiert, schwärmt sie wiederum von deren Persönlichkeit. Das Wichtigste, sie ist so eine sympathische, liebevolle und ehrliche Seele. Man liebt sie einfach, betont Renata Lucin. In ihrer Instagram-Story hatte sie sich nach der ersten Live-Show bereits ähnlich geäußert, wie kann man so natürlich und sympathisch sein? Sonntag, Sonntag eine süße Maus, sagte Renata Lucin hierüber an Katrin Bendixen. Damals war sie der Influencerin zudem nach deren 7-Punkte-Tanz zur Seite gesprungen und sich optimistisch geäußert, viel Arbeit und etwas mehr als 4 Tage Zeit, dann schaffst du das.